Wir machen einen Vorwärtsabstoß auf links, dann ein Mohawk, Arme zum Kreis, beim Mohawk Da bleibt jetzt die rechte Schulter hinten, Kopf guckt zum Kreis, wir setzen mit dem rechten Bein nach außen, Gewicht ist komplett auf dem Standbein, linkes Bein zieht vor, wir ziehen leicht die Schultern zurück und springen hoch, linkes Knie ist im Sprung oben und wir landen in einem schönen Auslauf.